Verzicht auf Kanzlerkandidatur. Warum macht Wüst das? Die politische Landschaft in Deutschland ist von zahlreichen Veränderungen geprägt und die Entscheidung von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten, sorgt für große Diskussionen. Dieser Schritt wirft Fragen auf, sowohl hinsichtlich seiner persönlichen Motive als auch im Hinblick auf die strategische Ausrichtung der CDU. Wüst hat in den vergangenen Monaten immer wieder betont, dass er der Partei und den Wählern dienen wolle. Sein Verzicht wird unterschiedlich interpretiert. Einige politische Beobachter sehen hierin eine Taktik, um sich nicht in einen Wettbewerb mit anderen prominenten Parteikollegen wie Friedrich Merz und Markus Söder zu begeben. Diese beiden Politiker stehen in direkter Konkurrenz um die führenden Positionen in der CDU und CSU, was die internen Machtkämpfe innerhalb der Union weiter verstärkt. Die Gründe für Wüsts Entscheidung sind vielfältig. Ein möglicher Faktor könnte die aktuelle politische Lage in Deutschland sein. Insbesondere die niedrigen Umfragewerte der CDU könnten ihm als Hemmschuh gedient haben. In diesem Kontext wird auch die Rolle von Friedrich Merz thematisiert, der trotz seiner Herausforderungen nicht von einer breiten Basis innerhalb der Partei getragen scheint. Ein weiterer Aspekt ist die enge Zusammenarbeit zwischen Wüst und Söder. Beide Politiker eint die Anstrengung, ihre Parteien wieder zu alter Stärke zu führen. Laut Wüst sei es für die Parteiführung gelegentlich wichtig, das eigene Ego hinten anzustellen, um eine stärkere Einheit und Unterstützung für die Zukunft zu schaffen. Mit dem Verzicht auf eine selbstherrliche Ambition, so wird spekuliert, könnte Wüst versuchen, eine neue Koalition innerhalb der Partei zu schmieden. Die Fragen, die sich nun aufdrängen, sind vor allem strategischer Natur. Welches Bild möchte die CDU nach außen vermitteln und wie kann sie die Wähler zurückgewinnen? Wüst deutete an, dass sein Fokus zurzeit darauf liege, das Vertrauen in die Partei zu stärken, anstatt durch interne Streite ein, zusätzliche Verunsicherung zu schaffen. In dieser Hinsicht könnte er als konsolidierender Akteur auftreten, der die konservativen Kräfte zusammenbringt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wüsts Verzicht auf die Kanzlerkandidatur nicht nur eine persönliche Entscheidung ist, sondern auch tiefergehende strategische Überlegungen reflektiert. Die Dynamik innerhalb der CDU bleibt spannend und wird entscheidend dafür sein, wie sich das politische Bild in Deutschland weiterentwickelt. Politische Analysten und Bürger werden die Entwicklung weiterhin aufmerksam beobachten. Autor Anita Farke, Dienstag, 17. September 24.